So zum Freer von Panasonic. Hier seht ihr das Gehäuse. Nichts mit Dämmstoff. Damit man das Modell nochmal sieht. Schön hergestellt mit Malaysia der Hochtöner. Da steht nicht drauf wo die Hersteller sind. Das Alarm ist schon gut. Das ist ein Buch von Charlotte. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das war ein Buch. Das ist ein Buch. Vielen Dank.